Wenn du möchtest, dass dein Titel genau so klingt wie ein Charthit aus dem Radio, Musik, die im Radio läuft oder ein professionell abgemischter Titel, dann bekommst du oft den Ratschlag, hey, du musst deinen Mix mit Referenztiteln vergleichen. Das hast du wahrscheinlich schon oft gehört und vielleicht hast du es auch schon probiert. Und dabei hast du wahrscheinlich auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, deinen Titel mit einem professionell gemischten und gemasterten Titel zu vergleichen. Und meistens oder in 99% der Fälle wirst du feststellen, dass der professionell produzierte Titel viel, viel besser klingt als deiner. So weit, so schlecht, aber was sollst du jetzt eigentlich machen? Das ist das Hauptproblem. Du weißt zwar, dass der Referenztitel besser klingt, aber du weißt nicht genau, was du jetzt machen sollst, damit dein Titel genauso gut klingt. Das soll sich jetzt ändern und zwar mit einem neuen Plugin von der englischen Firma Mastering the Mix. Ich fand das spannend und deswegen habe ich das Plugin mal unter die Lupe genommen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal Ernst der Musikproduktion in Logic Pro. Heute geht es aber nicht primär um Logic Pro, sondern um ein neues Plugin. Und dieses Plugin heißt Reference. Wir haben vorhin von Referenztiteln gesprochen. Ich habe hier jetzt schon mal einen Titel aufgemacht von mir oder ein Mix, ist kein Titel von mir, sondern ein Mix von mir. Und jetzt würde ich diesen Titel gern, wie man so oft in den Ratschlägen hört, vergleichen mit anderen Titeln, mit professionell gemischten und gemasterten Titeln. Und dazu lade ich mir jetzt hier Referenzen in den Kanal zu. Du siehst hier, wir sind in meinem Stereo Out. Ja, also bei anderen heißt es Masterfade oder sonstiges. Das ist hier das Nadelöhr, durch das alle meine Spuren hier durchgehen. Und was ich jetzt geladen habe, vielleicht mal, dass du dir das anhören kannst, was ich bisher gemacht habe, ist nicht sonderlich viel. Es ist Mix Centric von Greg Wells, von Waves. Und einfach, um es lauter zu machen, noch den Ultra-Maximizer auch von Waves. Keine Werbung für Waves hier jetzt. Wir hören einfach mal rein kurz. Also den Limiter habe ich angelassen, der macht einfach nur lauter. Du hörst bei Greg Wells Mix Centric, falls du das nicht kennst, das ist ein Plug-in, das du in den Stereo Out oder Masterfader von deinem Kanalzug lädst. Und das so die Wirkung hat, wie wenn es so ein bisschen den Teppich von deinem Mix zieht. Es ist ein Kompressor mit drin, eine EQ-Kurve und auch ein bisschen Saturation, glaube ich. Und also Saturation oder Bandsättigung, wie auch immer. Und das kannst du hier über einen Knob steuern. Und das hat mir jetzt schon mal als Grundausgangslage einfach besser gefallen. Aber ich möchte das jetzt natürlich auch mit professionell gemischten Titeln vergleichen. Und deswegen lade ich mir jetzt besagtes Reference hier rein. Reference sollst du als letztes in den Kanalzug laden. Also auch nach dem Limiter oder irgendeinem Maximizer-Plugin oder wie auch immer. Aber vor irgendwelchen Kopfhörer-Korrektur-Plugins, wie zum Beispiel Waves NX1, das ich benutze, habe ich jetzt nicht an, um zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht im Studio mischen kann, sondern zu Hause irgendwas mischen muss oder auf Reisen bin, dann mische ich immer mit Kopfhörer und dann benutze ich hier das NX1. Das simuliert mir sozusagen einen Raum, einen Abhörraum. Und davor sollst du Reference einsetzen, aber ansonsten am Schluss vom Mix. Okay? Ich habe es jetzt hier eingesetzt und jetzt laden wir mal die Referenzen rein. Da siehst du hier, Drop Files here or Click to add. Das heißt, ich kann jetzt meine Referenz-Tracks und zwar bis zu zwölf Referenztitel kann ich jetzt hier reinladen. Es macht übrigens durchaus Sinn, mit verschiedenen Referenztiteln zu vergleichen, denn vielleicht ist der eine Part, dein Vers, eher spannend für diesen und diesen Referenztitel und im Refrain möchtest du eher einen Klang haben wie in einem anderen Referenztitel einfach. Ich habe mir zwei rausgesucht und ich muss jetzt gleich auch schon aufpassen, wenn ich die abspiele, weil die bekannter sind. Ja, Beta von Khalid und Lay With You war vor zehn Jahren mal so ein R'n'B-Hittchen, kein Hit, aber ein Hittchen. Und die lasse ich jetzt einfach hier reinfallen und da siehst du, dass er mir die jetzt schon hier drin hat. Ich lasse die jetzt immer nur ganz kurz anspielen, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass sie mir das Video sperren. Ja, das heißt, du siehst jetzt hier Lay With You, Faith Evans ist eine Referenz und Beta von Khalid ist die andere Referenz. Ja, mit den beiden würde ich jetzt gerne vergleichen und was du jetzt machen kannst als erstes ist, du kannst dir Loops raussuchen, was du vergleichen möchtest. Ich möchte jetzt bei ihm hier den letzten Refrain, weil der am lautesten ist und so weiter. Ich habe mir jetzt hier diesen Loop rausgesucht und wir haben hier noch den anderen und da suche ich mir auch einfach jetzt die lauteste Stelle raus. Das heißt, ich klicke hier auch, nehme mir die ganze Wurst hier hinten, genau, so in ungefähr. Das ist mein anderer Referenz-Track, auch ganz vorsichtig, kurz reinhören. Das wären also jetzt die zwei Titel, mit denen ich vergleichen wollen würde. Okay, und hier ist mein Original. Die erste grandiose Funktion oder was jetzt Reference für dich automatisch macht, ist etwas, das essentiell wichtig ist, wenn du Referenztitel oder deine Titel mit Referenztiteln vergleichst. Und das ist der Level-Match, wie du hier schon siehst, oder die Anpassung der Lautstärke. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn du deinen Titel gegen so einen Titel abhörst, weil der automatisch lauter sein wird. Das heißt, Reference macht automatisch einen Level-Match. Das heißt, die Lautstärke von deinem Titel, von deinem Original-Titel, wird automatisch angepasst an die Referenztitel. Wir können mal hier reinhören und ich schalte zwischen Original und Referenz ganz kurz, immer nur hin und her. Dann wirst du hören, dass er uns das schon automatisch gemacht hat. Das heißt, die beiden Titel sind gleich laut. Mit dem anderen auch? Du hörst also, ich mach's immer nur ganz kurz, weil ich echt schiss hab, dass die mir hier Kanalsperren. Du hörst also, dass ich tatsächlich, dass er automatisch jetzt die Lautstärke angepasst hat und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwas überhaupt vergleichen möchtest. Das ist schon mal sehr, sehr nützlich. Und hier bei Level-Match siehst du auch, es gibt verschiedene Optionen, die du hast. Du kannst mit dem Match-to-Quietest, heißt zum leisesten Track, kannst du matchen. Das ist in dem Fall höchstwahrscheinlich dann deiner, weil die anderen gemastert sind. Oder alle für Short-Term, minus 14 Short-Term LUFS. Das ist nützlich, wenn du es für Streaming-Plattformen haben möchtest, weil die diese Loops in ungefähr verlangen. Aber sowohl Mastering-The-Mix als auch ich würde sagen, am besten ist es, wir machen Match-to-Original, also zu deinem oder meinem in diesem Fall. Und ich wähle jetzt alle Tracks aus, also beide Referenzen und meine sollen gematcht werden. Hat er jetzt hier eh schon automatisch gemacht. Nur noch kurz zur Ergänzung. Hier gibt's noch eine Einstellung, oder hier kannst du auswählen zwischen Mirror und Free. Free bedeutet, ich kann mir hier frei die Loops auswählen. Und Mirror ist sehr, sehr interessant, finde ich auch ein richtig cooles Feature. Ist sehr, sehr interessant, wenn du zum Beispiel einen Remix machst von einem Song oder ein Cover machst von einem Song. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt Covern mit Song X von Band X. Dann kannst du dir die als Referenz reinziehen und du hast jetzt dein Cover da. Was du jetzt machen kannst, ist, dass hier dieser Button erschienen ist, Track Align. Das heißt, das Plugin macht es automatisch so, wenn es erkennt, dass zwei gleiche Titel sind, also das eine ist dein Cover, ist, dass es genau die Tracks übereinander schiebt an der richtigen Stelle. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr mühsam hinschieben, wo ist Refrain 1 bei der Referenz, wo ist Refrain 1 bei meinem Original, sondern er würde das jetzt mit Track Align machen, mache ich jetzt nicht, weil es kein Cover ist. Aber so kannst du sehr, sehr schnell dein Cover mit dem Referenz-Track übereinander bringen und somit immer genau die gleiche Stelle abhören. Gehen wir mal weiter zur nächsten Sektion und das ist das Metering hier. Du siehst hier, dass jeder Track, also dein Original und die Referenz hat hier ihre eigenen Metering-Einstellungen. Ich bin jetzt hier bei Level Match und was du hier machen kannst bei Peak ist, du kannst jetzt True Peak auswählen, das ist aber eher für Mastering wichtig. Und hier hast du die Luffs, die kannst du über einen kürzeren, über einen längeren Zeitraum auswählen. Da würde ich jetzt zunächst mal nichts verstellen, wenn du nur deinen Mix vergleichen möchtest. Und das wird hier auch ausgelesen. Original. Und Refrain. Du kannst hier den Gain, falls du nicht ganz zufrieden bist mit dem Level Match, den kannst du hier auch noch manuell verschieben. Und wenn ich das mache, also wenn du die Referenz jetzt lauter haben möchtest, zum Beispiel, dann kannst du das hier machen oder dein Original leiser. Das ist möglich, dann wird aber Level Match deaktiviert. Ich mache es immer lieber so. Ich mache es lieber so, weil das relativ zuverlässig funktioniert, dass praktisch der Referenz-Track und dein Track, dein Original-Track, dass die laut genug sind. So und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommen wir zum sogenannten Trinity-Display. Trinity heißt auf Deutsch eigentlich Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, warum er das jetzt gewählt hat, aber hier wird es jetzt richtig spannend. Und zwar hast du hier eine visuelle Darstellung der Frequenzkurve deines oder des Original-Mixes. Ich nehme jetzt mal unseren Original-Mix und das Trinity-Display aktivierst du hier. Wir machen jetzt erstmal die Level-Line. Die schalte ich an und dann wirst du gleich sehen, was passiert. Du hast hier so eine Art Equalizer. Wir sind hier bei 0 dB und hier kannst du dementsprechend bis zu 10 dB oder minus 10 dB anheben oder absenken. Nicht direkt in diesem Display und hier hast du deine verschiedenen Frequenzbereiche. Ganz normal wie bei einem Equalizer auch. Ich lasse es jetzt mal das Original laufen, also mein Original. Was du hier jetzt siehst, ist visuell dargestellt, was der Referenz-Mix hat, was dein Mix nicht hat. Die Differenz, was hat sie, was ich nicht habe. Was er jetzt ausgelesen hat, ist, wir können nochmal reinhören, ist. Zwischen 100 und 1K hat er wesentlich mehr. In den Höhen hat er etwas weniger und so weiter. Das können wir jetzt noch weiter auslesen. Aber wir können auch diese Level-Line, können wir noch genauer einstellen und hier über Settings. Ich schalte, war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Hier oben siehst du Settings, da gehe ich jetzt rein. Was du noch machen kannst, ist der Refresh-Speed, also wie schnell sich die Level-Line oder diese Linie hier, wie schnell sich die wieder erneuert. Du kannst schnell, Medium oder Integrated machen. Ich lasse mal auf Integrated. Ich habe damit rumgespielt, wenn sie sich relativ schnell wieder refreshed oder erneuert, dann kommst du gar nicht hinterher mit dem Nachstellen. Deswegen lasse ich es mal aufs Langsamste jetzt. Was spannend ist, ist es jetzt hier Level-Line-EQ-Match-Difference. Difference, ich habe jetzt nur gesehen, wie mein Referenz-Mix von dem Original-Mix, äh wie mein Original-Mix von dem Referenz-Mix abgleicht. Wenn ich jetzt hier auf Match gehe, dann wird es cool, weil dann zeigt er mir nämlich an, was ich genau jetzt mit einem Equalizer verstellen müsste, um genauer an den Referenz-Mix hinzukommen. Das ist tricky, oder? Lassen wir das mal laufen. Oh, yeah. Okay, was ich jetzt gemacht habe, ist ein Shortcut. Das ist Control und Klick auf die Level-Line. Ja, weil er geht immer wieder automatisch, diese Level-Linie geht immer wieder automatisch zurück. Und das ist ein bisschen schlecht und deswegen kannst du hier, wenn du mit Control-Klick hier drauf gehst, kannst du diese Level-Line hier sozusagen einfrieren. Jetzt ist das Spannende, dass diese Kurven hier mir im Prinzip genau sagen müssten, was ich machen müsste, weil wir sind ja jetzt hier in den Einstellungen hier auf Match gegangen. Das heißt, er müsste mir jetzt im Prinzip genau sagen, was für Sachen ich umstellen müsste in meinem Mix, also EQ-technisch jetzt zunächst mal. Und ich probiere das hier mal aus. Schauen wir mal, ob das jetzt besser klingt oder ob wir jetzt näher in unserem Mix dran sind mit diesen EQ-Bearbeitungen, die ich jetzt hier so nachgebaut habe. Das ist das, was er vorschlägt im Prinzip, ja. Okay, eigentlich müsste die Linie sich jetzt... Je näher hier zusammenziehen bei um die 0 dB, je besser ich mich daran arbeite. Dieser Test ist für mich jetzt nicht überzeugend abgelaufen, weil die Linie nach wie vor irgendwie rumschlenkert oder vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Also eigentlich habe ich jetzt versucht, alles nachzustellen. Und je mehr deine Level-Line sich hier um den 0 dB-Bereich anpasst, desto näher bist du am Frequenzbereich dran des Mixes. Also ich habe jetzt alles nachgebaut, hat aber nicht ganz hingehauen. Es ist ein bisschen besser geworden, ja. Aber so 100 Pro hat das jetzt nicht hingehauen. Du kannst natürlich auch einzelne Bereiche, wie ich jetzt hier reingeklickt habe, abhören. Und das ist auch sehr nützlich, einzelne Frequenzbereiche, Höhen, Tiefen, Tief, Mitten und so weiter von deinem Original-Mix. Auch immer sehr nützlich, wenn es um die Referenz geht dann. Das kannst du hier einstellen einfach. Referenz. Hier kannst du rein nach Gehör vorgehen und das finde ich schon mal ziemlich gut. Also dass es nicht alles nur auf Analyzer, Analyzer-mäßig gemacht ist, sondern dass du hier nach Gehör vorgehen kannst. Das finde ich schon mal ganz gut, dass du hier einzelne Frequenzbereiche sehr, sehr schnell festlegen kannst. So weit, so gut. Die eine Sache mit der EQ-Anpassung hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber wir gehen mal weiter und es gibt Punch-Dots. Und das ist auch sehr interessant. Ich lasse jetzt erstmal ablaufen, damit du siehst, was genau passiert mit diesen Punch-Dots hier. Du siehst also hier diese Punch-Dots, diese Punch-Punkte. Und hier geht es um Kompressionen. Das finde ich jetzt wiederum sehr interessant. Wenn diese Punkte sich auf die 0 dB-Linie zubewegen, dann bedeutet das, dass dein Mix im betreffenden Frequenzband mehr komprimiert ist als das Original. Wenn sie sich wegbewegen im entsprechenden Frequenzbereich, bedeutet das, dass in diesem Frequenzbereich dein Mix weniger komprimiert ist. In diesem Fall kann ich sehen, dass die Referenz in allen Frequenzbereichen stärker komprimiert ist als mein Mix. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, hier Mixer nachzustellen. Wo könnte ich noch mit Kompression arbeiten? Zum Beispiel hier beim Bass oder beim Gesang oder wo auch immer. Oder auf dem Gesamtmix. Wo könnte ich noch mehr mit Kompression, vielleicht bei den Drums, wo könnte ich noch mehr mit Kompression arbeiten, um näher an den Originalmix hinzukommen. Gehen wir hier noch zur Stereo-Wid, zur Stereo-Breite. Auch sehr spannend. Und zwar lasse ich es mal laufen, dann siehst du das. Hier siehst du die Stereo-Breite des Songs, des betreffenden Songs. Und wenn du hin und her schaltest, immer zwischen Original und Referenz. Jetzt hast du gesehen, wahrscheinlich bei der Referenz, als ich umgeschaltet habe, dass die in allen Frequenzbereichen von der Stereo-Breite, dass die breiter waren. Ich sollte meinen Mix also wahrscheinlich mehr in die Breite ziehen. Allgemein sieht man hier aber wieder in diesem Trinity-Display, das mich sehr begeistert. Das fragt, dass die Arbeit mit dem Equalizer oder mit Frequenzen unglaublich wichtig ist. Nicht nur beim Abmischen, sondern auch um deinen Referenzmixen anzupassen. Wenn du besser mit dem Equalizer arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meinen PDF-Problemfrequenzen. Da zeige ich dir sechs Frequenzen, die in deinem Mix tatsächlich Probleme machen können. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angehängt. Also unbedingt runterladen. Sechs Problemfrequenzen, die irgendeinen Mix machen können. Im ersten Kommentar habe ich es angepinnt. Kannst du dir es runterladen. Jetzt würde mich noch deine Meinung interessieren. Ist das jetzt Bauernfängerei, so ein Plugin? Oder ist das tatsächlich nützlich? Was ist deine Meinung dazu? Oder arbeitest du überhaupt mit Referenzmixen? Oder ist dir das egal, weil Musik heutzutage so unterschiedlich wahrgenommen wird? Bitte schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!